Schau dir das an. Schau dir an, wie fucking beautiful das ist. Oh mein Gott. Wow. Ich bin hier in Prenzlau, Tag 2. Ich bin bei Kilometer 177. Heute bin ich 75 Kilometer gefahren. Hab nicht so viel dabei gefilmt, hab ich es irgendwie nicht so gefühlt. Ja, hab schön gechillt in meinem kleinen Gasthaus. Und jetzt bin ich hier. Guckt's euch an. Gerade eben war da hinten auch noch ein Regenbogen. Den seht man jetzt nicht mehr. Aber ich verspreche euch, er war da. Und ja. Oh, ist aus. Naja, nicht ganz. Aber ja, ich genieße es hier. Gehe jetzt gleich noch was einkaufen. Koch heute mal bei mir zu Hause, weil ich eine kleine Küche ablasse in meinem Zimmer. Das ist ein ganz süßes Zimmer. Und ja, ich bin zufrieden. Guckt euch das an. Das Bike, was mich hier hinbringt, funktioniert sehr gut. Alles in Ordnung. Also, ja, bin zufrieden. Komm gut voran. Morgen geht's in Richtung Ostsee. Ja, Richtung, ja, jetzt hab ich grad vergessen, wo der Weg eigentlich hinführt. Aber gut, Richtung Ostsee auf jeden Fall. Schaut euch das an. Warte. Die Vögel. Das ist crazy, oder? Look how beautiful. Prenzlau. Prenzlau ist die größte Stadt Brandenburgs. Und hat sehr viel schöne Altstadt und so. Also, richtig geil. Das brennt immer noch. Wahnsinn. Das ist ein windsicherer Joint. Guckt euch die Vögel an. Also, ich hoffe, man kann es so ein klein bisschen am Himmel erkennen. Ist auf jeden Fall wunderschön. Noch ein paar Videos für euch. Hahaha.